Chris und sie, erste Fotos vom heiß ersehnten GZSZ Happy End Kommt jetzt endlich das Happy End? Fünf Monate lang wurden die GZSZ-Fans auf die Folter gespannt bis jetzt. Finden sie, Valentina Bade, 23, und Chris, Eric Stefest, 28, endlich zusammen? Die Blondine ist gerade erst von ihrer Jakobswegwanderung zurück, da wird sie von ihren Gefühlen für den DJ übermannt. Doch auch wenn sich Sue erst einmal nicht auf eine Beziehung einlassen will, schlägt ihr Herz für Chris. Aber findet das gefühlsauf und ab endlich ein Ende? Achtung, Sprüller! Chris möchte nach Tokio reisen und Sue reist ihm zum Flughafen nach. Doch im Taxi merkt sie, dass sie ihre Handtasche samt Geld und Handy vergessen hat. Völlig verzweifelt überredet sie den Taxifahrer, sie dennoch bis zum Airport zu fahren mit Erfolg. Am Flughafen angekommen sucht sie ihr Herzblatt, lässt ihn sogar gegen den Willen des Bodenpersonals ausrufen. Aber Chris hört sie nicht am Schalter wird sie dann offenbart, dass die Maschine nach Tokio bereits gestartet ist. Die Architekturstudentin ist am Boden zerstört. Doch dann passiert es, Chris steht vor ihr und das Happy entnaht. Glücklich fallen sich die zwei in die Arme und küssen sich. Musik 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 Musik